...machtet werden. Unsere unfähige Regierung spricht von einem gefährlichen Virus. Okay, damit meiden Sie sich selbst. Die These kann man vertreten, denn man weiß, dass ein Virus Schäden verursacht. Das Widersprüchliche ist, dass der Covid-19-Virus auf Menschen betragen werden kann, die aber nicht mehr verletzt werden kann. Ja, herzlich willkommen, Meister Holger von Alternativenladen. Das Problem ist, der hier will sich hier drinnen um Verrecken keine Maske aufsetzen und proletet deshalb hier schon seit einer Stunde rum. Verstanden. Guter Herr, seit mehreren Monaten ist es nun Vorschrift zu Ihrem und zum Schutz der Menschen in Ihrer Umgebung, dass an Orten wie diesem eine Schutzmaske oder eine vergleichbare Alternative getragen werden muss, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Darf ich Sie hiermit also auffordern, dass... Ich lasse mir von euch rot-grün-versifften Klugscheißern sicher nicht vorschreiben, wie ich mich in der Öffentlichkeit anziehen darf. Wir sind hier schließlich in Deutschland. Wir sind alles freie Bürger und keiner hat das Recht, uns vorzuschreiben, wie wir rumzulaufen haben. Hey, Frau Terror-Achmed, runter mit der Burka. Wir sind hier schließlich in Deutschland. Es geht doch darum, dass sich dieses Virus über Körperflüssigkeiten ausbreitet und eine solche Schutzmaske verhindert eben, dass Sie andere Menschen... Nun ja, anspeichern. Anspeichern? Unerhört! Was fällt Ihnen eigentlich ein, mich hier jetzt als den bösen, rücksichtslosen, spuckenden Egoisten hinzustellen, der seine Mitmenschen in Gefahr bringt? Na, wartet, bis meine Abonnenten sehen, was hier abgeht. Armes Deutschland! Äh, naja, folg mal. Deine Aussprache ist jetzt ja auch nicht gerade die trockenste, ne? Wie bitte? Ich hab ja wohl die reingermanischste, trockenste Aussprache, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Meine Stimme ist die Stimme des Volkes und die muss sich um jeden Preis Gehör verschaffen. Da würden Ihnen viele Menschen aber widersprechen. Tatsächlich machen sich die meisten Leute eher Sorgen, dass diese Schutzmaßnahmen zu früh gelockert werden. Ja, folg mal, du hast ja nicht mal die Mehrheit hier im Laden. Naja, ihr seid vielleicht mehr, aber wir, die einfachen, echten, patriotischen Bürger, die von euch elitären Klugscheißern ignoriert werden, sind die wahre Mehrheit. Wir sind die schweigende Mehrheit. Aber die schweigende Mehrheit! Und niemand kann uns unser Grundrecht nehmen, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Na, dann gehen Sie doch bitte endlich nach draußen und protestieren da. Da müssen Sie dann auch keine Maske tragen. Ich will aber hier protestieren. Ohne Maske. Ich will, ich will, ich will... Das dürfen Sie aber nicht. Habt ihr's gehört? Jetzt verlieren wir schon alle unsere Grundrechte. 1933 lässt grüßen, aber nicht im positiven Sinn. Armes Deutschland! Bitte, verlassen Sie nun entweder den Laden oder besorgen Sie sich einen Mundschutz. Es gibt hier noch genug Leute, die diese Pandemie ernst nehmen. Ach ja, diese ganze Pandemie ist doch ein einziger Schwindel. Wacht endlich auf! In diesem Dokument der chinesischen Regierung sind die eindeutigen, unwiderlegbaren Beweise, die zeigen, dass dieses Virus, das es gar nicht gibt, von den Chinesen absichtlich gezüchtet wurde, dass Deutschland in Wirklichkeit eine AG ist und dass Bill Gates Hitlers Skilehrer war. Guter Herr, das ist eine Speisekarte vom Asia-Imbiss um die Ecke. Das kann ja wohl nicht, das kann ja wohl nicht. Meine lieben Follower an den Volksempfängern, jetzt wollen einem diese rot-grünen Merkel-Bücklinge schon vorschreiben, was eindeutige, unwiderlegbare Beweise sind. Liebe Grüße aus dem Wahrheitsministerium, Herr Milski, armes Deutschland. Ich bin ein einfacher Bürger, der hier ganz friedlich seine Grundrechte ausübt und sein gutbürgerliches Leben leben will. Das steht alles hier, in unserem Grundgesetz. Ist das ein Verbrechen, hier mit seinem Grundgesetz zu stehen? Armes Deutschland. Wollen Sie mich jetzt einsperren? Na los, machen Sie schon, machen Sie schon, machen Sie schon. Das ist nicht das Grundgesetz, sondern immer noch die Speisekarte vom Asia-Imbiss. Oh, nicht zu fassen, nicht zu fassen. Jetzt sprechen diese uniformierten Merkel-Faschos einem schon sein Grundgesetz ab. Armes Deutschland. Jetzt reicht's. Ich lass mir von so einem rot-grünn-versifften Pack nicht vorschreiben, was ich tun kann und wo ich wann sein kann. Ihr kriegt mich hier nicht lebend raus. Und niemals zieh ich so ein Maskending auf. Macht mich fertig, ihr werdet mich nicht brechen. Nationaler Widerstand. Wenn dies meine letzten Worte sein sollten, dann lasst alle wissen, sie lautet denn Freiheit. Na, verdammter Akku. Schon wieder leer. Haben's diese Chinesen mal wieder geschafft. Da steckt bestimmt mehr dahinter. Muss ich auf Facebook recherchieren. Na schön, aber das ist nicht das Letzte, was ihr vom Volk gesehen und gehört habt. Ich bin der Volk. Ich bin der Volk. Ich lass mir von so einer rot-grün-versifften Verkehrsampel nicht vorschreiben, wann ich über eine Straße gehen darf. Ich bin der Volk. Ich bin der Volk. Morgen dann wieder um dieselbe Zeit. Er ist schon immer pünktlich, aber ich merke mich dann nochmal. Also dann... Na hoffentlich ist diese Plage bald vorbei. Ich bin der Volk.